Ich bin von der Hektik und besonders von meinem anstrengenden Studium Extremer Schöpft. Ich habe es satt. Ich möchte jetzt ans Meer, wo es hohe Palmen und weiße Strände gibt. Es soll eine richtige Abschaltung vom Alltag und vor allem Erholung vom Arbeitsstress sein. Aber das ist ja eine gute Idee. Ich mache eine Reise. Aber die Vorbereitungen auf eine Reise können auch den Stress mit sich bringen. Man muss tausend Dinge planen, erledigen und organisieren. Was muss dafür gemacht werden? Und ich habe einen Plan meiner Reisevorbereitungen zusammengestellt. Es ist nötig, Reisekarten zu besorgen und ein Hotelzimmer zu buchen. Ich ziehe es vor, mit dem Flugzeug zu fliegen. Das ist sehr schnell und ich spare meine Zeit. Es ist sinnvoll, schon einige Tage vor dem Urlaub die Koffer zu packen, um noch Zeit für die letzten Einkäufe zu haben, wenn etwas fehlt. Aber das Kofferpacken ist keine leichte Sache. Vor dem Paken lege ich eine Checkliste an, um alles Nötige mitzunehmen. Ich platziere schwere Sachen wie Schuhe, Toilettenbeutel und Bücher auf dem Boden des Koffers. Auf den Jeans kommen die Blusen und Kleider. Alles was auslaufen kann, muss man in eine Plastiktüte stecken. Mein Schatz, ich hätte dich fast vergessen. Wenn man eine Reise mit einem Haustier macht, muss man auch bestimmten Regeln folgen. Um den Hund in das Flugzeug mitzunehmen, soll man einen Haustier-Ausweis und eine veterinäre Bescheidigung haben. Wenn das Haustier klein ist, hat der Fluggeist eine Möglichkeit, es in die Kabine mitzunehmen. Alles ist gemacht. Gott sei Dank, bin ich schon fertig. Endlich bin ich bereit zu reisen. Warte, das ist eine tolle Idee, aber deine Reise ist jetzt nicht möglich. Die Kreisen sind gesperrt. Außerdem haben wir morgen unsere Prüfung in Deutsch. Oh mein Gott, du hast ja recht. Ich habe es komplett vergessen. Na ja, lass uns auf die Brüche vorbereiten.